Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde. Left 4 Dead 30! Okay. Mach mal dein Licht aus. Mach mal dein Licht aus. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand! Ja, wenn er kommt, dann rennt ihr alle weg. Oh mein Gott, nur Schrottwaffen gibt es hier. Egal, ich nehme das Jagdgewehr. Ich habe die Combat Rifle. Mann, ich stehe auf Einkaufszentren. Wir waren mal in einem in Atlanta. Und da haben irgendwelche getanzt für Geld und so. Und mein Freund Dave und ich, wir... Dafür ist jetzt keine Zeit, Alice. Wieso hast du einen Frauennamen? Warum? Ja, das ist halt ein bisschen schwieriger, gell? Also... Ah, man weiß es wahrscheinlich nicht genau. Mit Pistole spielt das einfach das Geilste, egal in welchem Spiel. Ich finde, ich habe voll die Probleme mit dem Zielen noch. Ja, das ist halt so... Irgendwie weiß man zu... Ich würde gerne anzielen bei jeder Waffe, aber... Ja, aber geht nicht, ne? Ich habe eine Idee für ein Let's Play gerade bekommen. Dieses Dead Rising 3, da geht es ja auch um Zombies töten. Aber das gibt es ja noch nicht. Okay. Und wenn, dann nur für Xbox One. Holst du dir eigentlich eine Xbox One? So, nebenher mal ein bisschen quatschen. Ja, aber... Nicht gleich zu Anfang, weil... Man sieht ja am Anfang... Oh, Scheiße. Da sieht man, was das Quatschen bewirkt. Hahaha. Ja. Klar, ich könnte es mir kaufen ohne Probleme, aber... Da bin ich halt noch ein bisschen geizig. Für denne kleine 450 Euro zu zahlen. Oder 500 oder was das war. Die haben ja ein Ding. Diese Day One Edition ist ja ausverkauft. Day One? Das musst du mir jetzt erklären. Da bin ich jetzt auf den Klauen. Ja, damit du sie am ersten Tag hast. Die gibt es gar nicht mehr. Am ersten Tag? Amazon listet keine... Ähm... Keine Lieferzeiten mehr und so. Du kriegst sie wahrscheinlich dann erst voll spät. Und wenn du bei MediaMarkt Online guckst, da steht glaube ich erst Ding dran. Erst Januar oder sowas 2014. Okay. Ähm... Ja, wie gesagt. Ich würde schon nie gern kaufen, aber... Ja, ich kauf sie mir auch, aber ich kauf sie mir erst später. Weil du kannst ja alles im Endeffekt. Also hat X-Boxer gesagt. Alles was du von der 360er kannst du alles auf The One. Genauso wie mit den Minecraft und so zum Beispiel die Details und so alles. Ähm... Wird alles auf One übertragbar sein. Oh man, diese scheiße Zomps, ey. Ich hasse sie. Ich tu mir echt schwer nebenher zu reden und dann noch gleichzeitig zu schießen. und zu treffen. Ja, das ist nicht so ne einfacher Kunst, ne? Oh mein Gott. Die Rolltreppe runter. Die Rolltreppe runter? Oh mein Gott, ihr seid alle schon so weit weg. Ah, da ist ein Springer. Der Springer erinnert mich an diesen Prototype-Charakter. Der hat auch immer ne Mütze aufgehabt. Ja. Ja. Alex hieß der, glaub ich. Ja. Das ist einfach ein geiles Spiel. Sag mal was anderes. Ja. Ach Gott. Was? Der hat, glaub ich, Blähungen oder so. Was? Der hat, glaub ich, Blähungen oder so. Oh, ich bin runtergefallen. Ich will immer, ich drück immer gleichzeitig Schultertasten, weil ich zwei Sekundärwaffen hab. Da ist ein Spitter bei mir. Jetzt ist er tot. Oh ja. Ich hungere dich auch. Gesundheit. Entschuldigung. Da liegt irgendwas. Da liegt ne Schrotflinte. Ach ne, Schrotflinte ist scheiße. Diese Combat-Rifle finde ich auch voll scheiße. Die hat nur drei Schuss. Die beste ist diese Empfehlung. Um was ich halt ehrlich sagen muss, ist dieses Kampfgewehr hier, weil da musst du nie nachladen nach dem Schuss oder so. Du kannst einfach draufballern, die 15 Schuss. Da kommt ein großer da hinten. Jetzt geht's ab! Ja, der ist schon tot. Der liegt schon auf dem Boden. Was ich ziemlich geil gemacht finde, das Mündungsfeuer macht voll viel Licht. Das nennt man bei Minecraft die Narbe gleich. Nein! Wo ist die Alte? Auf dem Fall finde ich's nicht gut. Ja, die Synchronschirme ist voll scheiße. Von wem? Von uns? Nee, von der Tussi, die da rumheult. Das nervt mich voll. Echt? Ja. Ich finde, die macht das richtig gut. Vielleicht auf der englischen Original-Synchronisation. Wohin schieß ich? Oh mein Gott! Da ist ein Jockey! Oder Hunter? Keine Ahnung. Da hinten ist sie in der Ecke. Alice schießt gerade auf die Dettung. Nee, nee, der schießt nicht auf die. Der war ein Zombie. Sollen wir sie mal angreifen? Bisschen Action! Die Schlampe! Die Schlampe! Stimmt, Motherfucker! Ich würde sagen, wir gehen weiter. Da kommt ein Jockey! Toll, immer auf Nick. Bloß weil ich schwarz bin. In der nächsten Folge nehmen wir mal Weiße. Dann bin ich aber Nick. Du kannst Alice sein. Du kannst der Typ wieder... Oh, oh! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Oh, was gibt's denn hier? Hier gibt's einen Katana, wenn du willst. Oh, da ist ein großer! Ich chill ein bisschen. Ja, hab ich mir schon gedacht. Genau, hier machen wir gerade unser Let's Play. Jetzt sitzen wir hier und machen unser Let's Play schön. Ja, das ist die Hauptzentrale. Und um uns rum sind auch Zombies. AK? Mit kompletter Ladung? Jawoll! Jetzt geht's ab. Noch ein Drink? Ja, ne Cola wäre jetzt nicht schlecht. Ah, da hinten lang. Ja, denk ich mir. Erschreckt mich doch nicht so. Ich geh mal kurz auf die Toilette. Hey, du bist bei Männer Toiletten drin. Oh, Entschuldigung. Ich geh da zwar in die Frauen. Ich geh mal bei Frauen. Hallo, was soll das? Raus da! Ich will spannen. Am Wochenende fahr ich in die Stadt und gucke Frauen zu beim Machen Toilette. Kann ich auch mal hier raus? Ja, wenn du direkt vor mir läufst, schießt dir immer in den Kopf. Oh, da ist ein Spitter. Bitte spitten. 5000. Das sieht so aus. Oh, ein Snack. Wie wärs mit nem Snack? Nein, wie hast du auch? Ja, Snack wär ja nicht schlecht. Oh, wenn du mal wieder Hunger hast. Ein Snickers. Kommt her, kommt her, kommt her. Hier liegt Munition bei mir. Oh, ich falle Baller erstmal. Oh! Yeah! Nein! Hilfe! Ich bin ein bisschen weiter weg. Oh, irgendjemand hat den Alarm gedrückt, dann müssen wir deaktivieren. Wir wollen ja da draußen. Ey, ich muss mich kurz rein. Der macht einfach die Türe zu. Ja! Wo ist denn der Alarm? Da draußen irgendwo. Ich spraye hier grad total rum. Ja, ich auch. Wir kommen wieder hoch. Bis... Wir müssen irgendwie hoch. Hier geht's hoch. Ah, du hast eine. Ich renne mal kurz zu dem Alarm, ja. Bin gleich da. Oh, da ist ein Großer. So. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich kann nicht laufen. Alter, Alter. Das gibt's nicht. Ich sterb gleich. Hilf mir mal. Ich bin schon dabei. Oh Gott. Hinter uns. Also, ich hab noch 19 Leben. Ich sterb bald. Die anderen zwei sind am Arsch, gell? Ja, ich bräuchte ein Medikit. Lauf mal bitte nicht ohne mich weg. Ich hab kein Leben mehr. Ich brauch ein Medikit. Hast du gar nichts? Nicht mal ne Spritze oder so? Nee, Mann, gar nichts. Das ist doch ein Riesendreck. Okay. Hier ist... Ah, nee, AK. Ah, der hat ein... Hier, ein Medikit hat der. Warte, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, wenn wir einen Defibrillator finden, dann können wir sie wiederbeleben. Da kommen welche. Ich finde es geil. Oh. Scheiße. Du, ich bräuchte hier nicht mehr. Ja, da ist doch was. Bitterkotze. Sterb noch. Ja, ja, du mich auch, du. Pädobär. Haha. Da liegt noch ne Tab... Da liegen noch Tabletten bei dem... Was müssen wir machen? Jetzt brauchen wir noch ein Medikit. Wo hast du nicht getroffen? Äh, ich nicht? Hier geht's... Ah, von hier sind wir gekommen, gell? Doch, hier Schnick. Ach, das bist du scheiße, Alter. Lauf mal hoch, komm hoch. Danke. Hier muss doch bestimmt, hier ist doch bestimmt irgendwo so ein... Seht euch das an. Da, wo wir vorhin waren, da müssen wir bestimmt weiter. Steve, komm. Überlebende retten. Was? Ah, da hinten ist was... Ah, wir müssen die rauslassen. Ah, guck mal, wir haben Nick gerettet. Hahaha. Die haben einfach hier drin gechillt ohne uns. Ah, hier geht's auch weiter. Ich bin tot, ich lieg auf dem Boden. Merci. Vielleicht gibt's hier ein Medikit. Oh mein Gott, lag das grad bei mir. Da liegt... Ja, nimm's. Da ist wieder so ne Toast wie, diesmal aktivieren wir die nicht, oder? Hahaha. Ne, ne. Oh, das ist die ja, die steht ja direkt vor uns. Ein Armiger. Ja, der ist schon tot nochmal. Da oben ist so'n, so'n... Spitter. Die Rolltreppe hoch. Die Rolltreppe hoch. Hahaha, ist das geil. Ja, die Schlampe nieten wir nicht um. Nächstmal lassen wir sie lieber in Ruhe. Oh mein Gott. Wo kam der her? Der kam aus'n Rauch. Ich hab' den gar nicht gesehen. Hier ist... Safe Room. Rein jetzt, Herr Fluch! Sade nach! Sind wir alle drin? Ja. Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Wow. Wie viele Infizierte. Nick hat die meisten. Haha. Guck mal, ich hab... Ich hab' nur... Zwölf weniger gehabt. Ja, ich hab' die meisten besonderten Infizierten getötet. Ja. Boah, du Tier. Ich bin... Ich bin was Besonderes. Ja, ich hab' mal wieder... Der einzigste mit Nahkampfwaffen erleichtert. Nennt einer diesen Rennfahrer? Öh, nö. Nur der beste Rennfahrer aller Zeiten. Vielleicht gehst du mal in Du oder so. Ja. 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 Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Machen wir in der nächsten Folge weiter? So sieht's aus. Mach's gut. Eine Erholungspause. Kettenwege hier. Was? Bis zum nächsten Mal. Tschau.